Hallo Darnbo! Hallo Zaldo! Hallo Sportsfreunde! Ja, wir spielen das Rückspiel gegen Benfica Lissabon und, wie ich gerne sage, Benfica. 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 Und das Hinspiel ist tatsächlich 1-2 gewesen. 2-1 für uns. Ja, 2-1 für uns. Aber das ist ja sehr gut für uns, weil wir ja zwei Auswärtstore haben. Was bedeutet das im Klartext? Also, wenn sie in Hisro ein Tor schießen, dann kann es passieren, dass von draußen das Universum... Und damit sind wir ja auch schon beim Anpfiff. Also, damit haben wir... Sie müssen... Das ist praktisch eine Win-Win-Situation. Sie müssten praktisch 2-0 gewinnen, damit sie weiterkommen. Aber warum reicht denn nicht schon ein 1-0? Erklär uns das doch nochmal. Weil wir zwei Auswärtstore haben und die dann nur ein Auswärtstor hätten. Ah, war zu eigenbrüllig. Krieg er da faul. Ey, der hat meine Käppi berührt. Meine Glückskäppi! Röppel mich nicht an, Alter! So, Cristiano Otaldo. Hü! Oh! Uh! Das hat er gesehen? Ich bin voll aufgeregt. Mann, ey, spiel mich dran! Nulpe! Ich verstehe gar nicht, dass sie mir diese Nulpen reinlassen. Ey, Arthur, schieß den Ball. Ich köpfe nach hinten. Ruhig. Schön ruhig von hinten aufbauen. Oh, der wäre gut gekommen. Oh! Manuelle Kontrolle, lieber. Manuelle Kontrolle. Hä? Ah! Oh! Oh! Ja, da wo! Ah, er kann sich nicht durchsetzen. Ach, ich habe versucht, da zu gratschen. Mit der gratschen. Mit der gratschen. Mit der gratschen. Ruhig. 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 Ich versuche, den Ball immer abzulaufen, ne? Wenn ich so auf den Gegner zustimme. Aber ich laufe immer dran, von den Gegner so vorbei. Das ist immer voll. So, Alena, Katze. Zeig mal, was du drauf hast. Oh, ich hatte spekuliert, dass der abfällt. Ich wusste natürlich nicht, wo er hinkommt. Ich war ja oben. Ich dachte, dass ich hier mit Utalo... Da musste ich runterlaufen. Aber ich habe direkt auf den Mann geschossen. Schade, schade, schade. Aber wir sind sehr gut davor. Oh, das ist natürlich genau die Devise. Oh, der wäre gut angekommen. Oh, Pascal. Was ist denn das? Das ist auch keine Gefahr. Ganz knapp. Ja, guck hier. Ich wollte eigentlich gleich abziehen. Das Problem ist, er ist so groß, dass es das Feld einfach zu klein für ihn in die Tore. Das ist wie ein Tippkicker. Genau. Habt ihr mal einen großen Spielfeld gemüht? Spiel doch an dem vorbei. Nein! Ich habe es genau gesehen. Ich habe es genau gesehen. Ich habe auch versucht... Alle haben es genau gesehen. Ich habe es sogar versucht. Ich stand an dem dran. Mann, ey. Schlechte Arbeiter. Ja, das ist natürlich ganz bitter, ne? Aber ich... Dann wollte ich nicht reden. Da laufe ich, da laufe ich, da hoch und... Und zappen. Ich hatte zappen. Der ist auf einmal weggewechselt. Ja, ich kam nicht schnell hinterher. Und bremste. Ja. Wie hättet ihr den gemacht, also? Fabio... Na, chancenlos würde ich auch nicht sagen, aber... Aber sieht natürlich jetzt noch nicht so gut aus, ne? Das hier alles noch nicht so... Das gelbe vom Ei. Huch. Das war nicht schön. Oh, da schickt er ihn hoch. Da oben hat er es wieder aufgelöst, Arano. Ach, ich kann den nicht bringen. Und jetzt. Schön, Sofix. Da, wo läuft. Oh, ich... Da war ich schon zu weit. Damit habe ich natürlich nicht mehr gerechnet. Nee, das war ja auch abgefälscht, ne? Death Hunter. Deine Chance. Mann, 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 Mann. Wir müssen auf jeden Fall hier ein Tor schießen. Wenn wir ein Tor schießen, dann müssen sie noch eins schießen. Ja, wie viele müssen sie dann schießen? Ja, dafür... Wie ist es zwei, um zu gewinnen, dann noch? Oder wie ist es, um den Unentschied zu retten mit einem weiteren? Also 2-1, wenn es 2-1 hier steht, dann... Also 1-2, dann wäre Verlängerung angesagt. Boah! Verdammt. Mann, 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 Mann. 1-0 ist noch alles offen. Das ist noch alles offen. Bim, 0-2, bim, bim. Bim, bim. Alter, ey, Alter, ich sage dir, ey, Alter, jetzt reicht aber, ey, wie ist es das jetzt hier? Jetzt reicht es, Alter, ey, ich sage dir, mach, in diesem Schrott hier, da boh, ich kann nix, ey. Oh, ich hatte mich gut positioniert, wusste natürlich nicht ganz genau, wo der Torwart einspringt. Oh, lässt er ihn aussteigen, du, nein, superperfekte Grätsche, lässt den Abwehrspieler da ganz, Alter, ey, jawohl, super, da, endlich macht er sein Ding, er hatte jetzt auch schon ein paar Chancen, Mann, super, aber es war schön gemacht im vorigen, schön abgegrätscht, den Abwehrspieler eiskalt aussehen. Und da haben sie ihn, drei Leute haben einfach Darmbo stehen lassen, standen alle in der Nähe. Das ist natürlich super, zwei Auswärtstore und, da, konzentrieren sich eher auf Suffix, Darmbo wird gar nichts alleine lassen. Der da hinten macht gar nichts, ganz grober Fehler. Und natürlich wieder, wie üblich, auf den Torwart, fast, fast, also war schon nicht verkehrt. Hätte platziert sein können, aber drin ist drin, super. Und damit, äh, Oh. Oh, mit abdecken. Schön gemacht zu haben, super. Ah. Oh. Bleib du unten. Oh. Er ist, er ist nach oben gegangen, leider. Ich wollte entgegen gehen, hat aber nicht funktioniert. Er ist aufgrund deines Passes irgendwie weiter nach oben gelaufen. Nein. Oh. Ich hab früher schon versucht zu drücken, zu passen, damit er so dick, dick, tippkegig macht, aber, ging nicht nur, als ich dann danach nochmal drücken musste. Oh. Da bin ich nach oben gegangen. Na, in die Füße. Oh. Da krieg ihr ihn doch aufs Tor gedrückt. Da muss heiß heute. Na, okay. Schade, schade. Eins zu eins. Ja, aber das sieht sehr gut aus für uns. Sehr, sehr gut für uns. Im Moment. Eins zu eins wäre sieg. Die Dudes weiter. Aber damit gehen wir uns nicht zufrieden. Wir wollen nämlich Elfmeter schießen. Ah, wir üben echt den meisten Druck aus. Das war eigentlich eher so ein Glückstreffer, den sie da verzeichnen konnten. Die Dudes hier im... Klaren Vorteil. Geh, hast Platz. Jetzt nicht mehr. Oh. Oh, Mist. War natürlich gut abgekürzt. Super, gewalt. Alle in zappen. Alle in zappen. Ja. Uh. Super, aufgepasst von Pascal. Jetzt. Hat ihn runtergespielt. Ey, das hat er voll runtergespielt. Das ist eigentlich viel dramatischer. Oh. Nein. Verdammt. Mist, ey. Das hat er hilft hinten mit aus. Mann, Mann, Mann. Das war natürlich ganz bitter. Das war klar eigentlich, aber musste ja. Das war nicht gut, nicht gut. Das tut nix gut. Ah, keiner kam ran. Oh. Oh, den hat er noch. Den hat er noch. Oh. Die. Oh. Schön gepasst im Prinzip, wenn es ihm passt. Ja, natürlich. Jungs, das müsst ihr aufhalten, ne, sehen wir ihn noch. Oh, ne. Alle werden weg, wechseln, wechseln. Alter Schwede. An zwei Mann, ne. Genauso braucht er, ne, äh, Sambo-Liebette. Oh, das war aber hier, also gestrecktes Bein, oder was? Gibt's hier nicht. Wie, oder wer? Man konnte leider auch schwer unten erkennen, wer sich da bereiten hat. Da oben sehe ich, Dambo. Ach, den hab ich nicht gesehen. Verdammt. Oh. Ei, ei, ei. Nein, wieso? Oh, hast du das gesehen? Da fällt er vom Stuhl. Oh, Mann, ey. Das war so klar, dass er da... Was ist denn das für ein Mist? Er kommt so gekullert und keiner fühlt sich da... Ich hab das gewusst und gesehen und auf einmal trabt er. Da, es wusste ich. Und jetzt, jetzt, pass auf. Lalalala. Das ist doch ätzend. Ah, da war er schon fast dran. Ach, Quatsch. Ich hätte ihn auch rausgegrätschen. So, jetzt ist es genau das, was wir wollten. Wie für eine Länge. Nein. Danke. Wollen wir ihn nicht einfach ausgehen lassen, ne? Mann, 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 Mann. Oh, nee. Da kommen die ran. Jetzt kommt... Die Vernichtung. Dann schickt er ihn oben. Unter der alte Zeit der Welt. In der Mitte ist aber noch nicht viel. Na, aber die kommen. Vergiss es, ey. Ich werde da umgenutzt. Nein! Dammit! Ah, nein! Oh, Fabio. Ey, Mann, wir dürfen keine Verlängerung. Wir müssen das Tor schießen. Die schießen das Tor, Mann. Nein! Ich bin dagegen. Nicht mit Kreis. Auch altperfekt. Lauf da! Oh! Da war Ellbogen noch draußen, ey. Ich finde langsam Mode hier mit Ellbogen. Jo! Ah, schade. Hast du nicht mehr gerechnet, ne? Ja, nein. Super. Ein paar Minuten haben wir noch. Komm, man schadet. Alles dicht. Der kam nicht lange durch, ich dachte, du machst eine lange Flanke. Ich hatte einen Pass gemacht, aber ich wusste nicht, dass er von mir wegläuft. Ja, ich bin halt nach unten weitergelaufen, weil ich nicht wusste, dass der so... Vier Minuten Nachspielzeit, Alter. Ich sehe nichts. Der kommt noch. Nein, der kommt nicht. Verdammt, ey, Verlängerung. Oh, nee. Wie geplant. Der plant geht auch. Was soll denn das? Komm jetzt. Mann. Die Leute laufen auf jeden Fall. Wir hätten das dicht machen können, so wie wir gespielt haben. Dambu hätten in der ersten Halbzeit schon 10.000 machen können. Wir müssen mal einen reinholen, ein bisschen frische Luft ersorgen. Schön auch, dass mein Handy die ganze Zeit hier liegt. Ja, mach doch nichts, oder? Den, 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 den. Ach, warte. Ach, warte. So, dann müssen wir hier zu, Dinar. Und der Rest, der letzte, der kommt dann vielleicht nochmal als Joker rein. Mann, ey. Oh, ja, wahnsinnig, super. Yes. Dambu. Da ist sie, die Farbenbrach. Wahnsinn. Was war das, die Farben von John Michael? Schön abgestaubt. Ich war mir nicht sicher, was du vorhattest. Und dann... Ja, da kam ich nicht ganz viel mehr durch. Ich hatte nicht probiert, aber da waren leider dann zu viele, selbst das Ding zu machen. Und auf die enge, auf die ganz enge, kurze Ecke. Oh, da passt aber nicht mehr viel. Da passt nicht mehr viel zwischen. Konnte auch nicht sehen. Oh, Jungs, das... Ey, wie unrealistisch. Oh, also... Das müssen wir noch aus allen Perspektiven. So, und jetzt hier aufpassen, dass man nicht hinten noch einen reinkriegt. Das muss jetzt hier verteidigt werden, also... Das wäre richtig blöd, wenn man diese Führung noch aus der Hand gibt. In der Nachspielzeit. Schön. Oh, komm. Spiel wieder um. Und er geht ins... Tor. Nein. Warte, ne Annahme, ne? Voll die Fail-Annahme, ey. Ne, ich stimme groß. Ich nehme auch Kürlis Pommes. Pommes so weiß. Ohne weiß. Jungs geht dran. Geh in den Handymann. Ja, ich... Alles geplant. Ja, das war dann doch schon bis jetzt spät. Ja, das war dann doch schon bis jetzt spät. Hey, ich liebe mir die Flankenwechsel, ey. Uh. Arano ist zu langsam, einfach. Das ist auch ein Verteidiger. Na, Verteidiger sind ja auch nicht unbedingt langsam. Die Außen sind nicht langsam, das ist so richtig, aber... In der Mitte eher, ich glaube, die Innenverteidiger sind nicht unbedingt die Schnellsten, ne? Und auch nicht die Hellsten. 3 zu 2. So, jetzt haben wir hier noch, jetzt haben wir hier noch einen Bendix, Preffel. Arano ist auch ziemlich fertig. Bendix könnten wir reinholen oder Torge. Torge, Torge für Utaldo oder Death Hunter. Was sagst du? Ich würde sagen, Utaldo ist ein bisschen mehr fertig. Gut. So, im Moment die Dudes mit dem Unentschieden weiter. Passt doch wieder auf die Zappen. Ja. Ach. Kann man geben. Ich bin eigentlich noch nur umgegengelaufen. Er hat auch schon wieder einen Ständer. Abgefälscht oder so. Ich glaube, der kann man einfach nur schlägen. Nein, Mann, der war abgefälscht. Ich bin mir ganz sicher. Zorfex. Zorfex. Alleine. Yes. Und dann, damit ist der Sack zu. Damit ist der Sack zu. Sie müssten zwei Tore schießen. Um ins Elfmeterschießen zu kommen, oder? Mit ein Tor. Also, wenn sie unentschieden machen, dann haben wir gewonnen. Mit zwei. Wenn sie jetzt zwei Tore schießen würden, wäre Elfmeterschießen. Drei Tore. Wie, nee? Unentschieden gibt's nicht mehr. Sobald sie mehr als zwei Tore schießen, haben sie mehr Auswärtssorge. Ach so. Ja. Ah. Ah ja, okay. Also, im Moment sieht's so aus, als wären wir hier durch. Ah, beim Unentschieden sind wir auf jeden Fall auch noch weiter. Nee, beim Unentschieden sind wir auch noch weiter. Hm. Einfacher Weg, ne? Wenn sie schon den Weg aufmachen. Drei zu zwei. Oh. Nach Verlängerung. Ist auch okay. Saviola. Wenn sie 4-3 gewinnen, sind sie durch. Dazu müssten sie aber zwei Tore schießen. Oh. Falscher Knopp. Falsche Knöppchen. Hört einfach nix los. Alex Bratwander. Ich hab ja nur einen Pilz im Gesicht. Was habt ihr denn? Boah, ihr ungeholz, ey. Drei zu zwei. Oh, alle springen sie rein. Alle wollen sie. Und der Ball ist immer noch heiß. Ach. Hat er nicht angenommen. Ich wollte damit sofort weiterlaufen. Ich fahr nicht dran. Ich warte nix. Oh. Ah, schade. Da hab ich nicht nur den Gegner, sondern auch die ausgetrickt. Kiewik. Du kannst nicht vorbei. Nicht vorbei. Ida. Also nicht nur weiter, sondern auch gesiegt. Oh, der wurde verletzt. Schade. Tun sie aber leider. Ich hab noch gar nicht. Jetzt hat er ja genug Pause, um sich auszuruhen. Ich wollte der Spieler Bewertung eigentlich mal sehen. Habe ich gleich das Mal auch vergessen. Man of the Match ist Suffix und Dumbo. Was ist, wenn es, gibt es eigentlich zwei Man of the Match? Oder was ist dann, wenn beide gleich gut sind? Oder es wird wahrscheinlich einer von den beiden dann gewählt, ne? Zumindest nicht. Ja, dann haben wir den Salto nochmal gesehen, den Flickflack. Und wir haben 5 zu 3 gespielt insgesamt. Nicht verkehrt. Sehr, sehr gut. Bayern ist auch weiter gegen Manchester. Hier schaffen es die Bayern, wa? Ja, die konzentrieren sich nur auf den internationalen Spiel. Ja. Ja. Das war nochmal ein spannendes Spiel. In der Verlängerung. Also den sagt, dich gemacht. Wir müssen nicht immer ins Elfmeter Schießen kommen. Ja. Ja, nächstes Mal geht es wieder gegen Kamehameha. Äh, Kaiserslautern. 26. Spieltag. Sieht also vielversprechend aus. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und wenn, dann könnt ihr es uns gerne signalisieren. Dadurch, dass ihr uns unterstützt, wie ihr das machen könnt, das wisst ihr. Vielleicht einen Daumen nach oben geben. Wir akzeptieren auch Paper. Ja, und natürlich fleißig eure Tipps abgeben. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Spaß, Freunde. 1-2-4-7-7-6-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-6-7-7-6-6-7-7-7-7-6-7. 2-4-7-7-7-7-6-6-6-7-6-7-6-7-7-8-7-7-7-7-1-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7.